Ich bin Mike van Ebbele, ich spiele Stefan, die Hauptrolle. Stefan ist auf der einen Seite ein begnadeter Zeichner und er ist aber auch ein ganz harter Killer, ein Agent. Sie erleben mir doch, dass ich Sie Stefan nennen, oder? Das ist eine Sprach- oder Halskrankheit. Stellen Sie erstmal den Senderwichtigheit, nur was Sie das Maul anmachen. Deutlich sprechen Sie nicht zu meins. Schaut Sie, ich komme aus der Schweiz. Wie gerne würde ich Ihnen etwas für einiger Zeichwort offen geben? Ich bin der Stefan Evertz und ich spiele den Mr. X. Mr. X und Stefan haben ja diese Gemeinsamkeit, beides sind Profi-Killer. Aber während Stefan das mehr so grobschlechtig und ziemlich stüpperhaft macht, ist Mr. X so mehr der Gentleman-Mörder, der Gentleman-Gangster. Okay, lasst uns bitte gleich auf Anfang gehen. Das Schöne daran ist, man kann viel eigenes reinbringen, das muss man aber auch tun. Finde ich unbedingt. Man sollte gerade beim Film die Leute machen lassen und ihre eigenen Entertainment-Sachen da mit reinbringen. Stefan, verräter Freude, entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Certamente. Si. Arrivederla. Ich mache sehr gerne Action-Szenen. Ich bin das auch gewohnt von früher, weil ich immer wieder Kampfkoordinationen hatte und nochmal Kampfsport gemacht hatte. Allerdings braucht man für die schwierigen Szenen trotzdem die Stuntmen und die müssen anders zeigen. Ich habe hier zwei Aufgaben. Die eine als Schauspieler für die Rolle Soul. Ja, Soul. Was? Ja, Soul. Ein sehr bolliger Polizist, der nur einen sehr kurzen Auftritt hat. Aber ich habe noch eine zweite Aufgabe hier beim Titelbaum und das ist die Stunt-Koordination und die Stunts für den Film. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben gedubelt worden. Yeah. Ich hatte immer noch so die Vorstellung, ach, ich werde mich am Set doch nicht dubeln lassen. Ich werde sämtliche Action-Szenen selber machen. Ja, von wegen. Aber es hat irre Spaß gemacht. So eine Stunt-Szene ist saugeil. Es macht super Spaß. Jaaa! Nö, wir hatten Glück, es ist nichts passiert. Gott sei Dank. Okay, danke, dann haben wir Drehschluss. Zeitnummer, 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 Zeitnummer. Jenner, Zeitnummer, recurrir Land. Wachen Sie, Licht, пальibre, pottery.